Wir haben noch ein Video, wo ich nicht sicher bin, ob ich es angucken möchte, weil es ist 20 Minuten lang. 20 Minuten lang hat Christian Solmöcke ein Video gemacht über die Thematik Casino-Beef, Twitch-Stars, um Tanzhaut prügeln sich, bla bla bla. Ehrlich gesagt, mir 20 Minuten angucken, wie es rechtlich aussieht, ist mir gerade ein bisschen zu viel. Aber ich möchte euch noch eine kurze Sache sagen zu dem Video, können wir ganz kurz reingehen. Das Video, guckt euch das privat an, ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf 20 Minuten, Rechtsthema zu dem Video. Aber Tanzverbot, Orange, Morange, Gamescom, okay, das Video, okay, Tanzverbot, oh, es gibt es auf der Bild sogar, oha. Gibt es das nochmal irgendwo neutral, weil ich will der Bild keinen Klick geben. Tanzverbot, Schlägerei gegen Orange, Morange, ist das das Komplette? Tanzverbot gegen Casino. Ich muss eine Sache sagen, ich habe mir ja auch das schon ein paar Mal angeguckt und ich muss sagen, ich finde beide Seiten haben sich auf jeden Fall asozial verhalten. Die Gewalt von Kevin hätte nicht sein müssen, aber ich muss sagen, meiner Meinung nach, warum das Ganze eskaliert ist, liegt an dieser jungen Frau hier. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber ich habe das Gefühl, sie hat so richtig diesen Streit, oder diese, 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 sie hat so diese Auseinandersetzung richtig gestartet. Wer ist das? Wer ist das? Das ist die Managerin von Herr Newstime? Martina? Keine Ahnung, aber ich sage euch mal kurz was. Okay, ich würde gerne, guck mal, hier sieht man das in dem, in der Szene. Okay, pass auf. Der hier heißt G-Tasty, glaube ich, ne? Das ist G-Tasty, so. Dann ist das hier der, der, der Farid Bang-Imitator. Wie heißt der nochmal, Chat? Ich kann mir alle Namen nicht 100% merken, aber der war, der war der Entspannte. Der mit dem grünen T-Shirt, das war der Entspannte. So, der hier hat einfach nur, Edis, genau, Edis der Breite. So, meine Meinung jetzt nochmal abschließend. Ich habe jetzt alles, mehrere Tage dazu angeguckt und jetzt sage ich mal meine abschließende Meinung dazu. Dieser Typ hier, der mit dem grünen T-Shirt, das war der Beste von allen. Der hat nämlich einfach nur Tanzwort weggehalten. So, Orange, Orange und Kevin, ne, Orange, Orange ist Kevin. Orange, Orange und Skurros haben Tanzwort auf Twitter provoziert und hier und da, dann gab es vorher Beleidigungen. Wir wissen nicht genau, was alles gesagt wurde. Tanzwort hat beleidigt, die anderen haben beleidigt. Es war einfach, hin und her war es einfach scheiße. Von beiden Seiten war, das mit dem Beleidigen war unnötig und scheiße, okay. Tanzwort war sauer und Edis hat Tanzwort zurückgehalten, weil, ne, Tanzwort sollte jetzt nicht irgendwie, ja, er sollte jetzt nicht irgendwie übertreiben so mäßig. Okay, alles gut. Edis hat einfach die Situation beruhigt. Die hier allerdings sagt sowas wie, lass ihn los, lass ihn los. Und der hat ihn nicht mal gewaltsam angepackt, sondern der Edis hat ihn einfach nur zurückgehalten, damit es nicht eskaliert. Und sie hat immer wieder gesagt so, lass ihn los. Und hat dann auch irgendwie zugeschlagen auf den, äh, auf den Big Tasty oder G-Tasty. Und ich bin der Meinung, wenn die hier nicht so ausgerastet wäre, dann wäre das nicht zu so einer Eskalation gekommen. Trotzdem muss ich sagen, am Ende hat Orange im Orange den Kürzeren gezogen. Warum? Weil er sich dazu hinreißen lassen hat, den Becher zu werfen und dann mit der Hand irgendwie in die Richtung zu schlagen. Das war einfach eine Sache, die geht nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass jetzt irgendwie eine Seite krasser angefangen hat oder die andere Seite. Ich fand, beide Seiten haben sich voll scheiß verhalten. Ich finde, beide Seiten haben sich scheiß verhalten. Orange im Orange hat am Ende den Fehler gemacht, dass er in diese gewaltsame Auseinandersetzung reinwirft und reinschlägt. Das war absolut daneben. Aber diese Dame hier hat das Ganze losgetreten. Und zwar genau in dem Moment. Ich zeige euch das. Irgendwas passiert jetzt hier. Ich glaube, der G-Tasty will irgendwas machen. G-Tasty und Tanzwurz sind sich sehr nah. Und der G-Tasty will irgendwie Tanzwurz so ein bisschen zurück. Irgendwas will er machen. Ich weiß nicht genau was. Wir gucken mal kurz. Er will irgendwie Tanzwurz so ein bisschen wegdrücken oder so. Aber sie, also er streift sie scheinbar. Und sie schlägt dann seine Hand so weg. Aggressiv. Aber in dem Moment ist der G-Tasty, also G-Tasty habe ich auf Twitter schon oft kritisiert. Ich finde richtig scheiße, wie der sich in der Öffentlichkeit verhält. Aber so scheiße ich ihn auch finde, und das sage ich jetzt hier Real Talk, von den drei Leuten, die mit Casino so richtig negativ auffallen, ist mir G-Tasty persönlich am negativsten aufgefallen. Warum? Weil er so richtig viel Scheiße geschrieben hat, als dieses Vergewaltigungsthema da war. Und deswegen ist G-Tasty bei mir erstmal von seiner öffentlichen, von seiner Twitter-Scheiße und seiner öffentlichen Geschichte, ist er bei mir unten durch. Aber hier in der Situation ist G-Tasty noch relativ entspannt. Er hat hier eine Cola in der Hand. Er ist jetzt nicht so auf, ich will jetzt reinboxen. Sondern er steht noch entspannter, wollte irgendwie mit der Hand da ran. Und die Frau schlägt ihn so zurück. Und dann geht's los. Und dann, und daraufhin eskaliert alles. Pass auf. So. Und dann fängt sie an, auf ihn raufzuschlagen. Guck, sie schlägt immer weiter auf ihn rauf. Bam, bam, bam. Und da ist der Punkt. Dann geht dann jemand hin und sagt, hey, beruhig dich, beruhig dich. Und dann kommt Kevin und hat sich da ein bisschen, ne, also, ich finde, von beiden Seiten, finde ich, dass das überhaupt entstanden ist. Das ist absolut beschämend, peinlich, unangenehm. Hätte man vermeiden können. Aber hier hätte sie nicht so da raufgeschlagen. Ich glaube, dann wären die Jungs da nicht hingekommen und wollten mal gucken, hey, was ist da überhaupt los. Hör mal auf, unseren Freund zu schlagen, so mäßig. Dann geht der dazwischen und dann ist sie mit ihm so dran, äh, 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 so. Und dann kommt Tanzverbot und will sie so, und schubst ihn, ne. Pass auf. So, Tanzverbot ist dann sehr nah. Orange und Orange Tanzverbot haben sowieso keine gute Beziehung, ne, weil die haben sowieso Vorfeldstress, blablabla. So, und dann, und dann hat Tanzverbot ihn so geschubst. Geh mal weg, nicht so nah rankommen. Und dann rastet Orange und Orange aus. Und das war halt einfach auf jeden Fall der größte Fehler, dass Orange und Orange überhaupt sich da, dahin treiben lassen hat, auszurasten, so. Und dann geht's los. Dann wirft er seinen Becher. Boom. Erst wirft er den Becher. Zack. Nummer eins. Und dann sieht man, er schlägt noch mit der anderen Hand, als der Becher schon weg ist, schlägt er noch mit der anderen Hand noch mal zu. Boom. So ist jetzt gerade in deinem Kopf. Aber auf einer anderen Perspektive kann man es sehen. Und das war der größte Fehler der ganzen Nummer. Und deswegen steht Kevin jetzt, ob es jetzt zu Recht ist oder unzurecht, steht er jetzt als der größte Huren da irgendwie, weil er da halt zugeschlagen hat. Und er hat ja auch noch Lola getroffen, was überhaupt nicht geht und blablabla. Meiner Meinung nach aber, abschließend zu dem ganzen Thema, ich finde von Kevin, also von Orange und Orange, finde ich es schwach, dass er überhaupt dazu, also dass er sich so, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat, dass er einen Becher geworfen hat und dass er zugeschlagen hat, geht gar nicht. Deswegen ist er auch der Verlierer dieser ganzen Aktion. Ist halt einfach so. Ist ja auch zu Recht ist er da der Verlierer dieser Aktion. Aber ich finde, beide Seiten haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Beide Seiten haben sich absolut massiv daneben benommen. So. Massiv daneben benommen. Und am Ende sieht man auch, wie Tanzwort richtig ausrastet und so. Das kann ich verstehen, weil Lola ja dann hier getroffen wurde von Kevin. Absolut unkorrekt so. Aber ich finde nicht, dass jetzt, bevor diese Situation entstanden ist, bevor die Situation entstanden ist, finde ich nicht, dass eine Seite irgendwie ganz klar der Aggressor war und eine Seite ganz klar die harmlose. Sondern ich fand, beide Seiten haben sich daneben genommen. Es kam von beiden Seiten Beleidigung. Tanzwort hat beleidigt. Die anderen haben beleidigt. Es war von beiden Seiten nicht korrekt so. Und finde ich nicht gut. Also war einfach komplett unnötig, das ganze Thema. War einfach komplett unnötig. Wenn du ihn als Verlierer, wenn du Arrange-Branche als Verlierer betitelst, wer ist dann der Gewinner deiner Meinung nach? Gar keiner. Bei dieser Aktion sind alle nur die Verlierer. Das ist nämlich einfach komplett große Scheiß, was da abgegangen ist. Aber Kevin hat halt einfach, Kevin hat halt einfach in dem Moment den Becher gehofft und zugeschlagen. Das war einfach zu viel des Guten. Wisst ihr, was ich meine? Und keine Ahnung, Theo, also Skouros, ich habe ihm ja damals auch ein bisschen geholfen, als die nach Madeira gezogen sind. Ich habe ihm ein bisschen geholfen. Theo ist mir auf Twitter entfolgt, weil er es nicht damit klarkam, dass ich ihn kritisiert habe für diese Aktion. Und ich kann es hier nochmal sagen, ich kritisiere hier weiterhin Orange, Morange, Skouros und aber auch die andere Seite, also Tanzi und so, für diese Beleidigung. Ich finde, da haben sich alle absolut daneben benommen. Ich finde aber, dass Kevins Aktion einfach am Ende zu weit ging. Das ist meine Meinung. Die Sache ist, die beiden sind jetzt eh schon hier, also ziehen jetzt nach Malta oder sind nach Malta gezogen. Das heißt, naja, mir eh scheißegal. Aber ich kann ganz klar meine Meinung sagen, ich finde es von allen Seiten peinlich. Einfach von allen Seiten unkorrekt.